Willkommen zurück! Zweiter Teil Kapitel 3. Ach ihr wisst ja warum ich blöde Drogen gestorben bin. Ich würde sagen, diesmal gehen wir das ein bisschen ruhiger und mit System an. Und ja, fangen wir nochmal bei dem Heini hier an. Hast du mal die Stufe genommen und bist größer, ne Ragami? Ach, das Gammelfleisch kann ich hier liegen lassen, brauchen wir ja nicht in Sorgen. Ja, Kompass funktioniert. Hey, Vogel, komm mal her da. Vogelmann. Was einmal funktioniert hat, funktioniert auch ein zweites Mal. Komm her, Pixelmann. Guck, falsche Richtung geguckt. Hast schon mal ein Auge? Ja, kann man verzeihen. Ja, ich würde sagen, wir machen die jetzt alle erstmal ganz in Ruhe. Was willst du jetzt schon wieder? Meine Güte, du bist so eine kleine, kleine... Oh, warte mal. Oh yeah, komm her. Du brauchst hier gar nicht einen hier auf... Komisch machen. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht zu zweit rein. Oh, ich lösse die mal lieber auf, bevor die hier reinkommen und Alarm loslegen. Alarm loslegen, ja. Mein Deutsch ist heute wieder auf. Nein, das hatte ich ja schon mal, dass wir hier zwei von den Jungs hatten, die ineinander standen. Das könnt ihr ja bei den Nonsens-Parten sehen. Oh Gott. Da dachte ich tatsächlich, es wäre nur einer. Das waren zwei. Ganz schräg. Cool. Läuft. Ja, ja. War nix ist da. So, was ist denn bei meinem Banner aufgeladen? Ja, dann guck mal. Oh, der dürfte zu nahe sein, wenn ich jetzt den hier klapp mache. Obwohl, das kann halt nicht mal hin. Ne? Wie sollt ihr? So, gut. So, jetzt haben wir da drüben eins, zwei... Ja, ein paar noch. Machen wir mal eben die große Runde. Hallo. So, wie haben wir die da? Jupp. Läuft. Keine Sorge da drüben, ich vergesse dich nicht. Ich komme. Siehst du, ganz schnell. Ich beeile mich auch. Bloß nicht ins Wasser fallen. Nicht ins Wasser fallen. Oh Gott. So, jetzt haben wir noch die drei. Ja, das machen wir mal folgendermaßen, dass man bei denen ja herrufen kann. Machen wir den auch. Hinter mir sind welche. Ich höre nur, dass hier jemanden Schwerter gezogen werden. Ja, da bist du richtig. Auflösen. Tschüss, mach's gut. Was ist das denn da hinten? Ein Wasserfall? Hört der schon wieder? Hey. Ah, er kommt. Also eigentlich ist das relativ einfach. Ach, da stehen noch zwei. Also da einer, da einer. Eigentlich ist das hier wirklich simpel, aber... Und die Schwerter fliegen hier ganz gerne immer durch die Gegend. Na? Uah! So ein Mist. Wo kommt der denn her? Das war ja. Ist der von hier... Sind die hier von nebenan gekommen, ne? Seht mal von aus. Ach, guck mal hier. Du bist schuld, ey. Na, komm mal her. Kannst ruhig herkommen. Ja, schade. Kein Auflösen. Ja, macht nix. Gut. Das heißt, hier dürfte jetzt nur noch er sein. Dann... Nein, da ist nicht nur er. Ach, guck mal, die poppen da einfach auf. Ja, Leuchendeck, ne? Ja, muss ich bin hier auf... Kommt doch, ich muss halt hier aufladen. Da poppen die einfach mal eben so auf und... Guck mal hier da wieder. Haben wir gesagt. Aber das macht das Spiel... Ja, tatsächlich. Gut, haben wir denn hier irgendetwas? Eine Schriftrolle oder so? Habe ich einfach gar nicht geschaut. It doesn't look like it. No. Oh. Hey. Shut the... Du weißt, was ich meine, ne? Und... Komm ich nicht hoch? Warum nicht? Ähm... Was machen wir hier? Also hier war ich noch nicht. Erstmal um leise zu sein. Hey. Ja, dann gehe ich doch erstmal auf die andere Seite. Und schaue da mal nach. Hier war nichts. Oh, oh, halte ich fast übersehen. Guck dir das an. Ja. Das war mir ja nicht. Ja. Ach, schau an. Hier sind wir. Okay. Ja. Gut. Ähm, ja. Und ich komme hier nicht hoch? Doch, komme hier hoch. So, mal schauen, was uns hier erwartet. Drei. Okay. Ja. Ja, ähm. Kriegt mich keiner mit? Ja, das ist nicht gut. Ja. Schlechter Platz, um wach zu schieben. So, nochmal hier reinrennen. Da ist nichts. Ich weiß ja nicht, ob wir den Weg wieder zurück müssen. So, wenn ich jetzt klingle, wie viele bekomme ich mit? Nur er. Ja, das ist praktisch. Also die rennen grundsätzlich immer zu dem Punkt, an dem sie mich gehört haben. Also, dass das wirklich leicht ist, da ein bisschen vorzuarbeiten, abzuschätzen. Wie viele Meter musst du gehen? Oh, da liegt noch eine Rolle. Ich sehe sie. So, wo ist der Vogel jetzt hin? Komm, wir machen mal schnell mit dir. Keine Zeit. Jawohl. Ist man da? Badeentchen oder was ist das? Nein. So, wohin? So, wohin? 18 Meter. Und was ist da hinten? 153. Ja, ich glaube, das sind diese... Hey, wer bist du denn? Aha. Wo sind wir denn? Ja, da haben wir ein Talismar. Haben wir den? Ja? Gut. Ja. Was haben wir da? 96 Meter? Was habe ich denn da übersehen? Ähm, ja. Aufgeladen? Natürlich nicht. So. Jetzt müssen wir den ganzen Weg natürlich wieder zurückrennen. Aber ich befürchte fast, dass hier einfach Milch aufpropfen und dann haben sie Milchen gehabt. Dann ärgere ich mich. Deswegen lass mal ein bisschen die Lausche aufhalten. 63 Meter in diese Richtung. 57. Ach, das war dann auf der anderen... Äh, wo ist denn da was? Ähm, ich will aber jetzt hier nicht rein. Kann ich auch gar nicht. 17? Was? Wirst du mich ver... Was? Wirst du mich echt verarschen, Spiel? Ich war doch jetzt hier schon... Ja, auf... Äh? Ach so, weil... Vier? Ich kann hier gar nichts aufnehmen. Irgendwie spinnt das Spiel. Ja gut. Ähm... Ich muss aber trotzdem nochmal zurück. Weil... Das kann es ja nicht gewesen sein mit den Rollen. Ich habe... Drei oder so. Nein, das ist erscheint mir doch ein bisschen wenig. Wie viel habe ich? Drei. Das kann nicht sein. Ich glaube, es gibt hier mehr... Hier lag eine, ne? Aber ich übersehe aber ganz gerne mal was. Das ist ja inzwischen bekannt. Ich lege auch nicht unbedingt einen Wert darauf, alles 100% zu finden. Aber diese Schriftrollen... Hallo, du bist eine Katze, ne? Nee, Sauenfuchs. Ach, den Fuchsfetisch. Ja, kommt man denn hier rüber? Ja, kommt man. Und zwar hier rüber. Genau. Wow. Wow. 134 Meter. Jetzt widerspiele mich aber... Achso, wir müssen wieder zum Ausgangspunkt, oder? Was soll das heißen? Ja, wissen wir ja. Aber hier kommen wir nicht durch, ne? Wird mich wundern, wenn wir eine Tür nehmen können. Dann komme ich da nicht hoch. Doch, komme ich. Hey. Macca, bitte mach mal hier. Was sind wir denn da? Achso, okay. Alles klar, alles klar. So, hätte ich gar nicht mehr zurückgreifen brauchen. Toll. 70 Meter. Oh, ich habe gerade Schiss, dass hier ein Haufen von denen auftauchen. Und die Speicherpunkte sind nämlich so etwas unglücklich gesetzt, finde ich. Das man hier eine ganze Menge Wesen hat. Ja, alles klar. Ach, das ist der Ausgang. Ja gut. Bin wir gespannt. Ne? Ah, Rang A, cool, 47 getötete Feinde, ein Spätespieler viermal, entdeckt einmal, okay, oh, sechs Sammelobjekte gab's, cool, alle Bedrohungen ausgeschaltet, ja, bin ich absolut mit zufrieden, insgesamt halt eine Stunde, ja, mit Sterben, blöde Sterben, Neuladen, neu spielen, keine Annahme möchte ich nochmal schaffen, komplette Tarnung, ich bin zufrieden, wir sehen uns in der nächsten Runde.